Musik Unsere Fahrt geht heute von Steinhagen nach Steinhagen über Halle, Tatenhausen, Patthorst. Hier im Eiskaffee machen wir Statione, eine ausgefallene Zugbegegnung. Jetzt geht es Richtung Tatenhausen. Eine sehr schöne Fahrt durch den Tatenhauser Wald auf befestigten und trockenen Wegen. Musik 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 Die Wurzeln dieses Baumes sind einfach abgefoult. Daher ist er einfach gekippt. Musik Musik Wir sind am Tatenhauser Wasserschloss. Dort machen wir sehr nette Bekanntschaften. Einen kleinen Raufaserdackel will die Dame aber nicht weggeben. Der wird noch gebraucht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier noch schnell ein paar Kartoffeln gekauft für das Abendessen Was für ein herrlicher Himmel über uns Auf der Pathosterstraße geht es Richtung Heimat Zwei Frauen mit einem Pony an der Leine Das Pathoster Wasserschloss Vorbei am Café Hexenbrink Und dann geht es Richtung Heimat 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 Über das Gelände der ehemaligen Schnapsbrennerei Wir treffen wieder in Steinhagen ein Nur noch wenige Meter und wir sind zu Hause Wir treffen wieder in Steinhagen Wir treffen wieder in Steinhagen